In dieser Woche kam eine Studie raus, die rechnerisch ermittelt hat, was viele von uns spüren, viele Unternehmer spüren. Die deutschen Betriebe investieren immer mehr im Ausland, um den hohen Kosten hier am Standort Deutschland zu entgehen. Das hat die DIHK herausgefunden in einer Umfrage, ziemlich groß war die auch, viele tausend Mitgliedsunternehmen haben da mitgemacht. Und Sie werden es ahnen, die Energie- und Rohstoffpreise sind der wesentliche Grund, noch ein bisschen mehr als die Arbeitskosten hier am Standort Deutschland. Und das ist in Summe ein sehr hohes Risiko für die Geschäftstätigkeit hierzulande, sagen die Befragten. Und wenn man sich das genau anschaut, die DIHK macht diese Umfrage sehr regelmäßig seit vielen, vielen Jahren. Das Thema Kosten ist viel wichtiger geworden als Grund dafür, ins Ausland zu gehen, also aus Deutschland rauszugehen. Das gilt übrigens ganz besonders für den Kraftfahrzeugbau. Die DIHK nennt das ein alarmierendes Signal, das muss nicht wundern, das ist auch ein Stück weit ihr Job. Aber es lohnt sich ein Blick in die Details der Zahlen. 65% der Unternehmen, die im Ausland tätig sind, wollen im Euroraum investieren, also zwei Drittel. Das ist mit Abstand die größte Summe. 45% sind in Nordamerika. Der Sektor hat China vor wenigen Jahren übrigens erst überholt. China ist auch etwas mehr als im Vorjahr, also nichts mit Taiwan und Geopolitik und so weiter. Auch dort steigt sozusagen der Wunsch zu investieren. Nun ist, wenn man Ökonom fragt, ja ein Investment im Ausland per se überhaupt nicht schlecht, auch nicht für den Standort Deutschland. Es kommt halt darauf an, warum, also wenn es wirklich getan wird, um den Kosten hier zu entgehen, wie das im Moment der Fall ist. Naja, dann haben wir ein Problem. Denn das heißt natürlich, dass hier irgendwas nicht stimmt und wir tatsächlich weniger Wirtschaftswachstum in Deutschland haben. Aber, und das ist das Problem, genau das ist hier gerade der Fall. Früher wurde oft ins Ausland verlagert, naja, weil man dort Produktion aufgebaut hat, sich neue Märkte erschlossen hat. Aber die Gewinne, VW China ist ein gutes Beispiel, fiel natürlich in Deutschland an. Und das hat hier auch durchaus zu mehr Beschäftigung geführt. Also das Warum ist im Moment wirklich das Problem, anstatt einfach nur der Tatsache, es wird mehr im Ausland investiert. Und wenn man da nochmal genau auf die Zahl schaut, 42% der befragenden Unternehmen sind wirklich bereit, im Ausland zu investieren. Das ist sogar etwas weniger als der langfristige Durchschnitt. Heißt, auch als es hier noch dem Standort blenden ging, haben eigentlich viel mehr Firmen vorgehabt, irgendwo in USA, Europa oder eben China und sonst wo Geld zu investieren. Also, es ist so, wir haben nicht mehr nur den Fall, dass man ins Ausland geht, um Vertrieb und Kundendienst aufzubauen, was zwar immer noch der häufigste Grund ist, aber der Vorsprung ist massiv geschrumpft. Nein, man investiert dort, um den hohen Kosten zu entgehen. Ob das ein Alarmsignal ist, okay, das ist immer so Bewertungssache. Ich glaube ein Stück weit schon, auch wenn diese Nachricht nicht wirklich überrascht. Die Politik sollte sie sehr, sehr ernst nehmen. Die Politik sollte sie sehr, sehr ernst nehmen.